Wir haben hier ja wirklich eine Riesenauswahl. Da hat man schon mal die berühmte Qual der Wahl. Bei der Auswahl des Bodens könntet ihr zuerst wählen, welches Material es sein soll. Und dafür könnt ihr euch folgende Frage stellen. Was soll der Boden können und was ist für euch wichtig? Klick-Vinyl zum Beispiel, das ist fußwarm, schalldämmend, resistent gegen Feuchtigkeit, es ist gelenkschonend, antibakteriell, pflegeleicht, rutschfest und punktet mit der geringen Aufbauhöhe. Also eine ganze Menge. Die Vorteile von Laminat sind ein besserer Ausgleich von kleinen Unebenheiten, es hat die größeren Formate, die ausgeprägten V-Fugen, es ist härter und kratzunempfindlicher, unkompliziert in der Pflege und unterm Strich preisgünstiger als die anderen Belege. Parkett hat wiederum seine ganz eigenen Pluspunkte. Es ist ein Naturprodukt, es ist fußwarm, Parkett reguliert das Raumklima, ist zeitlos modern, immer repräsentativ und hat natürlich eine sehr angenehme Haptik. Unter dem Begriff Designbelege haben wir neben dem eben bereits genannten Klick-Vinyl auch noch andere Produkte im Sortiment. Da gibt es zum Beispiel den Multilayer, Solidcore oder auch den Bioboden. Diese Varianten kompensieren mitunter Nachteile, die Klick-Vinyl zum Beispiel durch seine Wärmeempfindlichkeit in puncto Formstabilität bei bodentiefen Fenstern oder Dachgeschosswohnungen hat. Im Vinylbereich gibt es auch noch die Klebeplanke, deren Verlegung allerdings etwas für den Verlegeprofi ist. Die führen wir natürlich auch. Qualitativ bietet die Klebeplanke nämlich ganz eigene Vorteile und die beschreiben wir in einem Extra-Ratgeber. Ihr seht also, vorbeikommen lohnt sich, denn in jeder unserer Filialen könnt ihr das alles sehen und anfassen und dann in aller Ruhe entscheiden. Muster könnt ihr immer in Form ganzer Bretter mit nach Hause nehmen. Was die Auswahl angeht, so werdet ihr kaum irgendwo anders mehr zu sehen bekommen. Und für die ganz Eiligen gibt es in aller Regel auch alles sofort zum Mitnehmen. Top! Top!